Im Laufe des letzten Jahrhunderts hat unser Einfluss auf die Umwelt zahlreiche ernsthafte Probleme verursacht. Der Klimawandel und seine Konsequenzen sind Tatsachen, die wir nicht länger ignorieren können. Wir nehmen diese Entwicklung wahr und begreifen. Damit Dinge sich wirklich ändern, müssen wir uns neu in die Erde verlieben. Die UN-Klimakonferenz 2015 findet in Paris statt. Der Stadt der Liebe. Paris ist auch der Ort, an dem die Regierungen dieser Welt im Rahmen der COP21 einen Durchbruch erzielen müssen. Die Zeit ist reif denen zu folgen, die schon jetzt nachhaltige Ideen verwirklichen und den Wandel unserer Gesellschaft vorantreiben. Dies soll der Paris Moment sein. Der Moment, in dem sich unsere Visionen treffen, damit wir die Zukunft auf unserem Planeten nachhaltig gestalten können. Sei Teil der Veränderung, begeistere andere mit deinen Taten und lasse die Welt davon wissen.